Um aus dem Hauptmenü in die Gebläseansicht zu gelangen, aktivieren wir zunächst den Einstellmodus. Anschließend wählen wir die Prozessübersicht und gehen hier auf Gebläse. In dieser Oberfläche werden die vorgegebenen Minimal- und Maximalwerte für das Gebläse angezeigt. Diese sind im Baugraf hier oben auch rot gekennzeichnet. Hier wird ebenfalls die tatsächliche Gebläse-Drehzahl ausgegeben. Hier wird auch die Drehzahlung des Gebläses-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlung. Hier wird auch die Drehzahlung des Gebläses-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs-Drehzahlungs